Okay, wir machen anders, weil alle das können, machst du nur ein X-Up. Und alle anderen müssen eine Bar machen. Ich krieg's ja von Spine in Box Landung, nicht Anfahrt. Spine in Box Landung. Also, ich, Luis und Adi machen jetzt eine Bar von Spine in Box Landung und Nico macht eine X-Up. So, wie hoch? Bei mir war auch miese sketchy, weil ich hab was wieder ins Bein gemacht, Digga. So, Nico, Train Nummer 2. Nose-Bong 180 und dann Half-Gap Out. Hier und los. Na! So, in Richtung. Oh! Ah, meine Hand. Nutzt jetzt deinen Joker. Jalla, rein da. Na, Fuß war unten. Lassen wir? Lassen wir zählen. Einfach einen 180-Bar hier drauf. Und dann einfach, einfach wieder aus vornherein, weil hier diese Steigung ist halt, ich hab überhaupt einen Fake-Geek. Okay. Wenn wir dranhängen, dann machen wir da noch ein X-Up. Ja, okay, man kann's jetzt noch... Warte, ja, man darf doch, man darf doch. Und dann macht man hier noch einen Tag raus. Aber wahrscheinlich wird's bei mir schon scheitern am 180-Bar. Aber let's go. Oh, Mann. Will sein. Okay. Komm, ich hab. Komm, ich hab. Tuck, Tuck! Schau mal. Schade? Ich weiß, ich habe es gemerkt. Du hast einen Troll. Und da ist das! Karpf, Adi! Karpf, Adi! Und da ist das! Karpf, Adi! So wahnsinnig geil. Schade. Schade. Karpf, Karpf, Karpf. Ich gehe nochmal zum Korrigieren. Für mich und Finn ist ein B, für die beiden ist ein B, Karpf. Ein Manuel von der Spine hier rüber in Boxlandung. Wer anfängt? Das ist ein I für mich. Ich muss das nicht mal schaffen. Okay. Von da nach da im Manuel. Ja! Geil! Das ist schön, wenn alle weiter ihren Manuel verkacken. Weil, ähm, ich bin so scheiße im Manuel. Schau mal. Man fährt hier Kurta hoch. Und dann kommt man hier zurück. Und dann in Finnberg. Oh geil! Danke! Habe ich keinen Bock drauf zu passen. Professional fährt von hier an. Inward! Ah! Das war kein Inward! Das war kein Inward. Der war absolut hässlich. Ich will das gar nicht. Ich hab Neckneck so verlernt, dass mich... Ich hab Neckneck so verlernt, dass mich... Ja! Denkst du, ich hab da Bock drauf? Und da hinten anfahren. Da über die Porte in die Wall. Mit dem X-Up. Weil alle so X-Ups lieben. Und dann versuche ich, über die Box spektakulär ein X-Up-To-No-Full zu machen. Du, ich ist ein kleiner. Du, ich ist ein kleiner. Ja, ne. Leider nicht. Du bist... Ey, ey, ey. Ich hab verloren. Hätte ich mal vorher Manuals gemacht. La, naja. Keine X-Up. Das ist voll schlimm. Leider... Willst du Joker? Nee, ich hab keinen Joker. B-I-K-E, ne? Ja. I'm so sorry. For the strict, but you are out now. Also... Erklärung? Der Junge kann hier alles inhaben? Nein, nicht alles. Und ich werde jetzt sterben, auch wenn wir beide BB haben. Aber ich werde sterben. Dann wegflicken. Ja. Das ist ein I für mich. Willst du den nächsten Trick kommen? Nee, das... Ich will doch Rasse machen. Ich will das gar nicht, ne? Ist doch schön, dass ich nächstes weiter bin von vielen. Ich auch. Jetzt kommen die Ehren los ab. Aber... Er fickt mich jetzt. Aber ich muss ihn ficken auch. Ja, okay! Du hast ein I. Ja, Tigger, du machst so lange schon Bayfoot. Ich kann... Ich kann nicht. Das ist auch sketchy. Ja. Vorher auf der Box hier. Ja. Aber jetzt muss ich mir erstmal ein Sketch schicken. Mal legen. So. Wir machen T-Box über die Spine. Äh... Nicht über die Spine. Über die Box. Ja. Ja. Also... Es reicht schon, wenn du so... Der Lenker muss zwar ein bisschen einflickt sein beim T-Box. In... In einem? Nein, nein. Mach's so, T-Box. Aber muss schon eigentlich nicht sein der Lenker. Und beim X-Hab muss auf jeden Fall die Hand... Oh Gott, fehlt noch. Ja. Ich bin zu lang. Ja. Nein. Das war gross. Ich bin hier. Ja. 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 Und da ist einfach so knapp. Und da ist einfach so knapp. Ja. Ich glaube der schafft den. Ja. Ja. Oh, er schafft den. Ja, was? Du kleiner! Ah! Unendlich, aber mein Hand war nicht dran. Ich hab einfach so, so gekriegt und bin dann dran. Ich mach es. Nimm mich hoch. Heute, ich hab keine Schranks in Wicked Woods. Wir brauchen wieder einen Single Jump. Das 3 hätte borgen. Das wird kommende Scheiße jetzt. Da hab ich auch wirklich gar keinen Bock drauf. Kann auch nichts machen. Ja! Yes! Ja, ja! Digga, ich hab viel zu hart gepoppt. Boah, das ist so... Das ist so weeeig. Richtig. Also, die einzigste Chance, irgendwie gegen Finn Wenzel zu gewinnen, in Wicked Woods, sind halt übel die Skepsis da. Weil er alles kann hier. Deswegen mach ich jetzt ein No Foot To X ab. Durch raus. Hilfe! Ja! Ja! A Wall Ride! Warum? Warum? Neugelernt auf A Wall Ride. Guck mal, funktioniert. Das war ein schlechter Mensch. Das ist wirklich... wirklich... unfassbar. Okay. Das ist ein K für mich. Auf jeden Fall ist ein K für mich. Aber du schlägst dich auch zu gut. Und ich halt nicht verkacke. Schwimmt. Ich probier was, was für einen der X ab macht auch sehr fair sein wird. Und was ich wahrscheinlich nicht schaffe, aber ich will es eigentlich. Ich mach Wall Ride und pop an die Wand. Wenn ich abspringe von der Wand, mach ich X ab. Und der X ab muss mindestens so sein, dass der Lenkerwesen über den Rahmen ist. Das zieht er. Hilfe! Den schaffen, ich glaub er nicht. Bisschen am Arsch. Nein! Nein! Ich hatte nicht mal Speederhöhen geschafft. Das ist so wichtig. Und er macht... Bitte. Aaaaahhhhhh! Muss ich euch drauf gucken, ob das war. Aber ich glaube nicht. Nope! Ja, eigentlich war der Erste. So, dass er war. Ich hab's nicht gesehen. Aber ich glaube nicht. Joka Einmal. 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 Ich hab's gemacht. Ey, ich war schon seit 20 Jahren. Was? Merry motherfucking Christmas. Woah. 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 Ich bin komplett schräg gekommen. Du bist auch die ganze Zeit am Kaisling im Moment. Ich bin auch Out of Energy. Ich muss gleich noch dreieres Bein halten. Heute noch dreieres Bein. Er muss halt, ne? Ja. Jetzt hast du noch mehr Motivation. So, Jana. Neue Helm, ne? Und wer ist auf der Wind? Ja. Was? Digga. Fick dich. So, drück mir das E. Komm. Drück mir einfach das E. Ich hab' keinen Bock mehr. Digga, du bist zu krass in X-Ups geworden wegen mir. Ja. Ja, wo ist der Neue? Komm. Du machst so... So No-Foot, aber dann... Nee, Sk-Off-Back mach' ich mit dir nur noch Dreier, Digga. Weil du scheiße ein Dreier bist. Ja, ja, ja. Wir machen jetzt hier oben einen Tail-Tap an der Katze. Rückwärts wieder rein. Ja, okay. Das ist das K... Äh, eh für mich. Bitte nicht auf Kante. Witz jetzt oben. Boah! Ja! Ja! So wichtig! Es ist fack, Digga. Guck mal, wie er da liegt. Guck mal, wie er da liegt. Guck mal, wie er da liegt. No, 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 no. Guck mal, Helikopter. Du kannst hier nicht schön liegen bleiben, du. Also, ich kann Eisgleich keine Spines fahren, aber ich probier' einen X-Ups. Ich hab' dich nicht verstanden, meinst du einen Free-Sixi? Okay, er macht einen Truck. Arschloch. Also, ich geb' jetzt schon auf. Ich hab' mich gut geschlagen. Irgendwinn. Ist mir egal. Ich hab' mich gut geschlagen gegen Finn. Aber! In Wicked Woods hast du keine Chance gegen Finn. Ja, ganz schön, ne? Du hast keine Chance gegen Finn in Wicked Woods. Das ist einfach schon. So. Mach' jetzt so. Das war's. Das ist mein E. Ja. Oh. Ich bin raus. Finn ist auf der Eins, ich auf der Zwei. Adi ist auf der Drei. Oder? Du bist auf der Drei? Wir beide. Was? Wir beide. Nein, du bist auf der Drei. Nein, du bist auf der Drei. Wir Daki Drei. Nee, Niko ist vor dir raus. Oder? Nee, sie sind bei beiden. Beide. Beide selben. Die teilen sich die Drei. Ja, auf jeden Fall hab' ich verkackt. Finn ist Winner. Jetzt steht's 1-1 generell. Generell steht's 1-1. Du hast 1 gewonnen, ich hab' 1 gewonnen. Nächstes Mal gehen wir in Beidefakley Yoga. Halt deine Fresse! Ja, Finn Nr. 1… Ich, die zwei. Und Naki Drei. Der Allerechte auf nicht-Instagramm ist auch gut rein. Ich kann es folgen, alle. Ja, auch LuisMutter.mTV. Haut rein! Tschüss!